Ja, da sind wir wieder und weiter geht's mit den Abenteuern zur Tomb Raider. So, wollen wir mal hier weiterhangeln. Schön durch hier. Munition immer schön mit. Wollen wir mal Gewehr schon mal ausrüsten, vielleicht passiert da gleich was. Ah, da haben wir unser Sam. Okay, es war jetzt eigentlich nicht so ganz gewollt, aber... Kaboom! Och, da ist ja Munition und alles. Oh, da ist ja Munition! Oh, da ist ja Munition! Oh, da ist ja Munition! Ja, ja. So, die hätten wir. Plündern. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nö. Ich glaube, ins nächste. Ach, da ist noch einer. Schnell in Deckung, schnell in Deckung. So. Wir haben hier oben noch einen Shotgun. Ja, drei Munizieren noch. Sie ist da unten. Versucht, freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Ich bin schon. J我不 Beauty. Ich bin nicht immer. Die Outsiderin ist da unten. Also gehen wir, die Outsiderin ist da unten. Was für ein paar Minuten sind da unten. Ich bin nicht immer. Was ist da unten. Ich bin nicht. Ich bin nicht immer. Was ist da unten. Was ist da unten. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Komm, hau puken dir, baby. Ups, ups, welcher wer hier? Ehhhhhh Ja Ja, der wär weg, juhu Lara, Lara, kletter rüber, na los Lauf zu, Roth, ich komm nach Und Sam, steig nicht in den Helikopter Vertrau mir einfach, bitte vertrau mir Geh! Genau, Sam, hör auf mich Weeeee 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 Zerstört die Brücke! Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? Weeeee Weeeee Wir werden beschossen! Die Stürme! Es ist so gefährlich! Verdammt! Oh, okay. So geht's auch. Jamm! Jamm! Eeeh! Hoch da! So, komm, komm. Ja, ja, nein, ja. Eeeh! Okay. Das war nicht so toll. Okay. 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 That riefer. Okay. ja komm schon baby jo wie sie doch nicht mal am arm hält voll die fehler ich hab's kaum bisher hergeschafft runter weg auseinander tja das kommt davon wenn man nicht hören will und eine erneute bruchlandung weil zu schön ist laura 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 Ja, unser guter Freund ist jetzt gestorben. Gucken, können wir irgendwas upgraden. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten das nicht gekümmt. Ja, nehmen wir das her. Haben sie aber nicht. Wunderbar. Gucken wir, ob wir hier irgendwas finden. Hier ist noch eine Truhe. Okay, dann geht's weiter. Okay, dann geht's weiter.